So hier haben wir Exi Geburtstagsvideo mit Istra Klein Salute Vogelschreck oder Vogel Salute Exi ja. Immer Licht aus, immer Licht aus. Ja mach. Happy Birthday Exi. Happy Birthday to you Exi hat Geburtstag Blablablabla Jawohl, ich seh schon. So von Norma. Paar Dinger. Zack, Rakete hier mit Stange. Zack, Alter. Blatsch, Alter. Brauchst Feuer oder was? Er braucht Licht. Er ist nur eine Standrakete, weißt du? Nächste, komm. Zack. Am besten alle zwei, drei Stück. Zack, nein, Alter. Schnell. Schnell, schnell, gut. Wo ist Nächsten? happy birthday to you marmalade wow bum hast du gebang tschüss, tschüss, tschüss 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 hey i will put it in yes yes no i will put it in wow flatsch alter jetzt kommt cool bummer hohr platsch alter leck um hier mal kurz ich komme zurück hop rick 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 so das war exy geburtstagsvideo also immer abonnieren blitz für die augen also abonniere abonniere so hier haben wir exy geburtstagsvideo mit istra klein salute vogel salute exy alles gute stelle rakete ich weiß nicht am besten alle zwei mal laden immer liegt aus Ja mach! Happy birthday, Exi! Happy birthday to you! Es ist schon recht stein kapiert. Nächste kommt! Zack. Habt ihr alle zwei, drei Stück? Zack. Nein, Alter. Das kommt nicht los. Danke. Der nächste. Happy Birthday to you. Mal lade ihn. Kommt heim. Hey, hey, hey. We're going to do it. Ich habe es einen gewissen, den ich fest. Hier ist etwas mehr. Das liegt an der Karte. Also, es ist ein Karte. Das ist ein Karte. Das ist ein Karte. Das ist ein Karte. Das ist ein Karte. Vielen Dank.